So Leute, ich bin jetzt ehrlich mal drinnen, ey, ganz ehrlich, eine halbe Stunde ungefähr, eine halbe Stunde später sagten wir es so, und die ganze Zeit am klicken gewesen. Ich bin froh, oh, ich bin sogar mit einem, Mario, ne, das ist Mario, ja, nice, ich bin gegen Mario, vom Monday-Team. Cool. Ja, endlich, nice, hoffentlich werde ich jetzt nicht wiedergekickt, ey. Oh, der Server lag da aber ganz schön. Ja, alles so ein Mega-Ping, geil. Und los geht's, Leute, los geht's. Hammergeil. Wait for us, wait for us, nice, ey, Glück gehabt. Ich bin gedraint, und stand da, und ja, dachte jetzt, der kommt nicht mal rauf, hab's nochmal probiert, und zack, bin drinne. Mai ist auch drinne. Hammergeil. Ja, so geht das, ne. Ich hoffe jetzt nicht, ich werde hier irgendwie gleich nach 5 Minuten sterben oder so, oder irgendwie durch einen Bug, oder ich werde gekickt, wegen, hier, wegen Arma 2, abgestürzt oder so. Ey, hoffe ich jetzt mal nicht, ey, ganz ehrlich. Das wär jetzt eine Mega-Scheiße. Mega-Scheiße. Ich bin mal kurz rausgetappt, mal gucken, ja, ist alles in Ordnung. Ähm, ja, dann spielen wir mal hier, äh, Battle Royale. Okay. 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 Genau, möge der Beste gewinnen. Bis jetzt mit. Geil. Ich hoffe jetzt, ich werde nicht wieder rausgeschmissen, wegen irgendwas, keine Ahnung. Hammergeil. Was steht denn hier draußen? Woll. Chit. Woll. Neues worden. Ich würde mich gleich mit ihm fallen, wenn wir wollen. So, wo bin ich jetzt her? Jetzt bin ich... oben, ne? müsste dort und dann glaube ich irgendwie nice 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 natürlich gehe ich da nicht hin ich will hier was erreichen komm schon vielleicht wird es gut 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, go, 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 go was ist los, warum rennt der so langsam naja, so langsam rennt ja, irgendwie schon keine Ahnung siehst du da Midi-Hatchet, Midi-Hatchet Midi-Hatchet siehst du, deswegen geht man da nicht hin also gehe ich da nicht hin ich hätte da keine Lust dazu da unten ist eine Stadt, da gehe ich aber jetzt nicht hin ich gehe einfach mal weiter da ich da das bestimmt das erste wäre, wo derjenige, wo manche hier hingehen werden erst mal zum Beispiel schon mal etwas zu haben, zum Beispiel der würde in die Stadt gehen, hundertprozentig ja also jetzt nochmal zur Info, ich weiß jetzt nicht, ja doch nochmal zur Info, ähm, ist halt Battle Royale, so wie bei Minecraft Hunger Games, was wir halt wie ihr gesehen habt im Kreis spawnen und mitten, also in der Mitte ist halt Loot, den man looten kann, aber nicht muss muss jetzt hier einfach nur überlegen und nach einer Zeit, ähm, baut sich, äh, nicht baut sich, sondern, äh, ist eine bestimmte Zone, da wo man hin muss und, ähm, wenn man außerhalb der Zone ist, spawnen, äh, relativ viele Zombies, so 20 bei dir, so und wenn du wieder drin bist, müssten die eigentlich die spawnen, aber, äh, das haben sie noch nicht, äh, sozusagen programmiert, also, das ist noch nicht drinne aber eigentlich sollten die dann die spawnen, wenn du innerhalb, äh, bist, ja ähm, also ich versuche jetzt halt so lange wie möglich hier zu überlegen, ich spiele es jetzt zum ersten Mal natürlich, ähm, und ihr seid bei und ja, mal sehen, was ich hier schaffe ein bisschen komisch mit der Ego Perspektive, also ich spiele da hab so gut wie kaum nur Ego Perspektive gespielt ja, ich werde mal gucken, ob ich hier mal irgendwas finde irgendwie was zum Lupen hm, keine Ahnung, das blödeste wär, wenn ich jetzt hier irgendwie vom Zombie gekillt werde, durch den Bug irgendwie Beine gebrochen habe, Blut verloren habe, äh, Verlierer und keine Bandagen habe, nichts zu essen finde oder so das dümmste, was geht was geht so, wir, äh, sind mal hier am Rennen warten wir mal hier kurz, äh, Optionen Video ist auf 5, dümmste, äh, so, jetzt können wir weiter ähm, boah, ey, richtig geil, dass ich jetzt hier drin bin Scheiße, ey ich bin leider auch alleine, Felix und Floh sind nicht dabei weil die halt, also, Floh ist bei Felix sozusagen, also in der Stadt oder in der Nähe, relativ und er hat natürlich seinen PC nicht mitgenommen da bleibt der eh nur eine Woche, da er jetzt einen Fan hat also, ja, spiel ich ja alleine und ist ja jetzt auch nicht so schlimm Alter, eigentlich wäre das perfekt, da ist ein Traktor also, da fährt schon einer Motorrad, nein ja, wenn da, irgendwie was, äh oh, random, okay also, ach genau, hier fliegt auch noch so ein Heli, ich weiß nicht, wie er heißt, ähm da würde ich dann immer eigentlich Felix fragen oder halt Floh äh, eigentlich beide, aber Felix hat dann mehr Ahnung ähm, ja da fliegt hier halt so ein Heli, Flugzeug-Heli, wie auch immer ähm, der lässt halt hier so, so ne Care Package sozusagen runter kann man auch looten, da sind halt Waffen und so ein Ziegers drin also alles mögliche oah könnte man eigentlich auch sozusagen hinrennen und sich das holen äh, holen aber es ist halt auch die riesen Gefahr, dass da natürlich auch andere Leute hinrennen und, ja wenn die schon vorher irgendwo eine Waffe gefunden haben, dann snacken sie sich natürlich boah ich bin jetzt voll angespannt, das geht gar nicht ne, ne, der hat schon hier ein Motorrad damn it eigentlich ist das klüge, äh, klügste was, äh, Pete gemacht hat, aber auch nur zufällig durch Zufall gefunden hat, ähm, hier halt sein, äh, den Little Bird zu finden und dann mit dem Little Bird eigentlich die ganze Zeit nur zu fliegen als zwar ist es ein bisschen schwach, weil man sich dann auf kein Battle einlässt aber, keine Ahnung, denn dann überlebt man halt lange so, naja also ich werde das erstmal hier irgendwie versuchen zu überleben fand's nur am Anfang ein bisschen komisch, dass man relativ langsam gelaufen ist, also keine Ahnung, ich fand's relativ langsam aber ich bin ja nicht die ganze Zeit Ego-Perspektive was denn da unten, da unten müsste doch bestimmt irgendwas sein bestimmt also man spawnt halt auch mit gar nichts also rein, nichts, keine Bandage, nichts, einfach mal man muss einfach nur überleben und natürlich halt finden wollte ich schon sagen, alter, der, 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 der Little Bird wurde hier schon gefunden hat er schon was droppen lassen? ja da hinten, da geh ich aber jetzt nicht nochmal zurück können sie euch finden, ist mir egal ich, äh, ich suche jetzt hier irgendwie ich suche jetzt hier so ne, äh, so ne Hafenstadt ich glaube auf einer Hafenstadt müsste, äh äh, äh, hier, Military Loot sein wenn ich die finde also Baracken müsste da sein wie ich das bei Pete Smith Video gesehen habe ne oooh ne, doch nicht, ich auch cool ja Mario hat den mal schon gekillt, alter woher hat den die Waffe denn schon? okay, der spielt schon etwas länger so aber, der weiß ja schon wo, was, wo er hin sollte da kennt ihn halt schon ein bisschen besser, weil ich mal hier kenne ich spiele ja jetzt mit jemandem mit dem Mario, der hat mich eigentlich schon noch das erwähnt ne, da, scheiße, aber ich hab nichts ich weiß auch gar nicht wo ich kassiere, ich renne glaube ich in den Norden oder halt in den Süden, je nachdem der andere kann mehr in den Süden sein, aber ich glaube ich renne ja in den Norden, wenn ich in den Süden hab nur so das Gefühl, ich weiß es eigentlich gar nicht, hab nur so das Gefühl, dass es noch anders ist oder, außer wenn jetzt hier Arma so perfekt ist, mit der Sonne und so kann man sich an den Sonnen richten, aber keine Ahnung, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht ich sag so so ne Klemmigkeit nachden boah, ich bräuchte auch langsam mal was zu essen und zu trinken ah scheiße, genau, stimmt ja, ähm hier kommen auch so ne äh Zonen, da wo halt äh heute äh Bomben abgelassen werden und ja da könnte man halt sterben, naja ich glaube ich werde jetzt hier nicht in der Zunge rein die denn gleich kommen würde müssen ich glaube ich finde jetzt mal langsam hier irgendeine Scheichstadt irgendeine Scheichstadt ich brauche zu essen oder überhaupt irgendwas ist es ne Waffe oder so oder ein Auto, würde mir auch sprechen das seh ich schon, ich muss irgendeine lange laufen wette ich werd verhunger gehen oder verdurst loooo nicht wirklich, oder? ey, wie man sieht da sieht man halt nichts außer Bäume und den Berg hier hey, super super, nice nice äh, ja toll, ich hab aber keine mehr ich kann da jetzt nicht gucken ich hoffe das ist jetzt nicht bei mir hört sich noch gut an haha und auf einmal so kommt dann hab ich ein Problem ganz kleines Problem ich kann mich hier unter dem Gebüsch hier verstecken ich glaub das wird reichen also dann werd ich da überhaupt nicht getroffen nein also ich, okay nein, ich bin nicht in der Zone sonst hätte ich das schon längst gehabt sehr gut hab ich Glück gehabt ich halt mich jetzt hier am Rand ähm, da ich den, so einen Hafen suche halt überhaupt irgendetwas wie man sieht oder wie sie sehen sind sie nichts sagt man ja genau boah 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 ja hatten jetzt auch bestimmt mehrere keine Lust mehr äh, wollten eigentlich die ganze Zeit mit Hul Мunk amgleich spielen aber gegen Hulm that amg deswegen sind die ein bisschen drauf gegangen ich hätte einfach mal riesengelück weil haben grad äh, circa 2000 Leute zugeschaut und mindestens die Hälfte hat das Spiel auch und ja, die haben natürlich auch probiert hier zu join also hier also Daniel hat es äh aufgegeben hier weiter probieren drauf zu tun aber die anderen hat nicht und die spielen hat noch und es sind auch mehrere soll gerade auch noch online gekommen und die drei sauer von denen hat aber ja auch da sehe ich dort da sehe ich dort aber ich wette da ist schon einer